Blackpink macht ordentlich Welle bei der Vivi App und das schauen wir uns auf jeden Fall genau an, sowie alle Jobdetails. Unter anderem sehen wir die kleine Meerjungfrau mit Collectibles auf der Vivi App, sowie weitere Tokidoki Digital Collectibles, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Season 8 hat begonnen und dementsprechend starten wir auch hier direkt rein mit den wichtigsten Drops für Season 8 und das fängt tatsächlich relativ gut schon mal an, nämlich mit Blackpink. In genau 10 Tagen wird das Ganze hier vorbei sein mit der Blackpink Week, das heißt uns stehen auf jeden Fall noch einige Drops bevor und die würde ich sagen schauen wir uns jetzt mal genau an. Anfang wird es nämlich hier mit der Darstellerin Yiso von Blackpink, die wird hier als erstes droppen am Mittwoch, am 22. Mai um 17. deutscher Zeit, das heißt in der nächsten Woche tatsächlich erst. Dennoch schauen wir uns mal die Dropdetails dafür an, das Ganze ist nämlich doch relativ interessant und auch kompliziert. Wir bekommen hier nämlich insgesamt vier Digital Collectibles von ihr, diese sind aber nicht in der Blindbox, das heißt man muss jedes einzelne kaufen. Dementsprechend wird es auch sehr, sehr viel Traffic auf dem Marketplace geben und wir werden uns das Ganze nochmal ganz genauer anschauen jetzt hier. Die Common wird hier einen Listenpreis von 40 Gems haben, eine Editionzahl von 2.890 Stück, natürlich eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann hier einmal eine Uncommon, diese wird 45 Gems kosten und daher würde das hier auch gar nicht hinkommen mit der Blindbox, weil wir hier unterschiedliche Preise haben. Wir haben hier eine Editionzahl von 2.390 Stück, anschließend haben wir dann hier unten einmal die Rare, diese wird 1.850 Edition haben und einen Listenpreis von 50 Gems. Und als letztes haben wir dann hier noch die Ultra Rare, diese wird 1.140 Edition haben und einen Listenpreis von 60 Dollar. Dazu kombiniert haben wir dann nochmal tatsächlich eine Möglichkeit hier etwas zu craften und zwar nämlich diese Blackpink Venom Card und diese wird man craften können, indem man alle vier von diesen Collectibles, die ich euch gerade gezeigt habe, sammelt und dann kann man diese Sache hier craften. Das Ganze wird man craften können bis zum 29. Mai 2025, was ich tatsächlich auch sehr krass finde, dass es tatsächlich jetzt ein Jahr möglich ist, das Ganze zu craften. Finde ich etwas übertrieben, aber das ist nur meine Meinung. Wir haben hier einen Listenpreis von 0 Dollar, das heißt man kann das Ganze hier vor Free im Prinzip craften und es sind 2.390 Editions, die hier verfügbar sind, die man craften kann. Wir haben außerdem dann hier natürlich eine Secret Rare dazu und das ist aber nicht der einzige Craft, den man hier machen kann, sondern das Ganze wird man nämlich auch noch kombinieren hier mit weiteren Jobs. Und vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu, wir haben hier diesen Job, also dieses Craft Event findet auch am 22. Mai sozusagen statt, also an dem Tag, wo das Ganze gedroppen wird. Und dann haben wir noch eine weitere Craft Möglichkeit und zwar nämlich am 29. Mai um 17. deutscher Zeit und hier werden wir einen Listenpreis von 20 Dollar pro Craft haben. Also man muss auch hier wieder alle vier Statuen der ersten Edition im Prinzip besitzen und dann hat man die Möglichkeit mit dieser Karte wiederum hier diese Collectibles zu craften. Wir haben hier einmal Jisoo Silver Pink als Ultra Rare, wir haben hier eine Editionzahl von 850 Stück und wir haben hier natürlich auch eine First Edition. Anschließend haben wir hier unten noch dann einmal eine Gold und Silver Craft Jisoo und die wird eine Editionzahl von 340 Stück haben. Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben hier im Prinzip zwei Craft Events, das erste ist kostenlos und da wird man im Prinzip diese Karte hier craften können, die wir jetzt hier sehen. Und das zweite Event, was wir hier haben, dafür braucht man alle vier von diesen Collectibles plus diese Karte, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann kann man im Prinzip hier diese Collectibles craften. Das Ganze ist aber natürlich dementsprechend auch damit verbunden, dass diese Karte beim Craften von diesen Collectibles dann auch geburned wird. Das heißt, ihr habt dann im Prinzip nur diese Collectibles noch, die vier und dann im Prinzip diese neue Statue, Silver oder Pink. Das wird man dann entweder auswählen können oder im Blindbox Format kommen. Das steht hier tatsächlich nicht genau explizit drin. Da es aber hier nicht drin steht, gehe ich tatsächlich eher davon aus, dass es hier einfach so laufen wird. Man hat hier die Möglichkeit auszuwählen, welche Statue man sich craften möchte. Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Details dazu. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten stehen uns nämlich noch ein paar weitere Drops bevor. Wir haben nämlich insgesamt fünf Tage, wo man es droppen wird. Wir haben einmal den Jisoo-Job, wie schon hier erwähnt, am 22. Mai. Wir haben hier am Day 2 haben wir dann einmal die Jenny und dann Rose und dann als letztes Lisa am 25. Ich denke mal, das wird alles tatsächlich genauso auch von dem Craft sein, wie jetzt dabei Jisoo. Wir haben dann am 26. Mai haben wir dann hier noch ein Lightstick und dann noch eine Stage. Das wird auf jeden Fall auch äußerst interessanter. Der David Yu auch schon ein bisschen geteased, wie das dann hier vielleicht in Kombination agieren könnte. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, was da mit passieren wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eventuell eine sehr, sehr coole Show sehen könnten. Dazu dann aber mehr, wenn wir dazu auch mehr wissen. Und es gibt auf jeden Fall nochmal positive Nachrichten auch von Social Media zu dem gesamten Blackpink-Drop. Zum Beispiel Jisoo hat das hier auch schon in ihrer Story gepostet. Vielleicht nochmal hier als ganz kurzer Weckruf, wie viele Follower hat sie eigentlich seit insgesamt über 78 Millionen Follower. Und das ist schon mal wirklich eine Hausnummer. Daher kann man davon ausgehen, dass hier auf jeden Fall einige Leute mit Sicherheit daran teilnehmen werden. Und das sieht man tatsächlich auch schon auch an ein paar bestimmten Zahlen. Denn wenn man sich hier den Instagram-Account von Vivi anschaut, bevor sie hier dieses lila Logo, bevor sie hier das rosa Logo gewechselt haben, da hatten sie ungefähr 100.000 Follower und jetzt sind sie schon bei ungefähr 122.000 Followern. Also knapp 20.000 Follower sind dazugekommen. Es sind wahrscheinlich noch deutlich mehr, die sich angemeldet haben. Wir haben schon Verschiebungen bei den MCP-Ranks gesehen, was darauf hindeutet, dass wir neue User in die App bekommen haben. Genaue Zahlen werden wir dann aber mit dem ersten Drop wahrscheinlich erst bekommen. Positiverweise haben außerdem noch einige Zeitschriften hier über die berichtet, über die Sachen mit Blackpink und Vivi, beispielsweise NME oder auch zum Beispiel hier Rolling Stone. Also auf jeden Fall hier auch nochmal etwas Promo für Vivi. Kommen wir jetzt aber zum Wichtigsten für heute, Donnerstag, 20 Uhr deutscher Zeit, werde ich live sein, zusammen mit dem Page-Noddler. Und wir werden uns anschauen, was passiert denn eigentlich gerade bei Vivi, auch auf Blackpink bezogen, aber natürlich auch auf Omi und das Gesamtbild bei Vivi. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer von euch alles dabei sein wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr 20 Uhr dabei seid. Passend zum asiatischen Bereich sehen wir auch den nächsten Tokidoki Collectible Drop auf der App. Und dieser wird hier am 18. Mai um 7.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Das heißt jetzt schon in zwei Tagen am Samstag. Und wir werden hier einige Collectibles von Tokidoki sehen. Einmal hier die erste mit 15 Gems pro Listenpreis. Das Ganze wird ein Blindbox-Format sein. Die schon zahlt 1688. Eine First Appearance haben wir hier. Anschließend haben wir dann noch eine weitere mit einer Edition von 1388 als Uncommon. Als nächstes haben wir eine weitere Uncommon mit 1388 Editions. Anschließend haben wir hier dann eine Rare mit 1188 Editions. Und wir haben dann hier auf jeden Fall noch eine weitere Rare mit 1188 Collectibles. Anschließend haben wir hier eine Ultra Rare mit 1088 Collectibles. Und wir haben hier dann auf jeden Fall noch eine weitere Ultra Rare mit auch 1088. Und als letztes haben wir dann hier noch eine Circle Rare mit 688 Collectibles. Natürlich auch eine First Appearance. Also wir haben hier auf jeden Fall gut, gut ausgesorgt. Und es kommt natürlich auch spannenderweise genau da zu den Blackpink Drops jetzt. Ich denke, dass das einfach eine Masche sein soll, um hier möglichst viele Fans auch in die App zu anborden. Finde ich einen sehr, sehr smarten Move. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie die Zahlen auch für diesen Drop aussehen werden. Denn jetzt haben wir auf jeden Fall einige Leute darauf aufmerksam gemacht. Und es sind überwiegend tatsächlich auch junge Frauen. Und daher tatsächlich hier auch interessant, wie sie bei diesem Drop reagieren werden. Kommen wir auch zum nächsten Drop, der wahrscheinlich für die meisten Frauen eher interessant sein wird. Und zwar nämlich der Little Mermite Animated Classic Character Series. Also wir sehen hier die kleine Mermite-Frau. Und das ist natürlich auch wieder sehr passend hier zum Genre von Blackpink und auch Tokidoki. Wir sehen hier einmal die animierte Ariel als Common. Mit einer Editionzahl von 1989 Stück aus dem Listenpreis von 85 Gems. Im Blindbox-Format. Wir haben hier eine First Appearance. Und das ist natürlich auch schon sehr cool, dass das Ganze hier animiert ist. Wie die Animation aussehen wird, das werden wir dann sehen. Kommen wir hier zum nächsten Collectible. Animated King Triton. Einmal hier als Rare mit einer Editionzahl von 1389 Stück. Anschließend haben wir hier dann Sebastian. Einmal mit 1089 Collectibles als Ultra Rare. Dann haben wir jetzt noch Flauda als Secret Rare. Und hier wird man eine Editionzahl von 389 Stück haben. Aber so hier sieht man auch schon, das Ganze passt nicht so ganz hier mit Sebastian zusammen. Das heißt, es wird auf jeden Fall deutlich weniger geben, als es eigentlich möglich wäre. Daher, wenn man sich auf jeden Fall diesen Flauda hier dann craften möchte, muss man ziemlich, ziemlich schnell sein, um das Ganze zu bekommen. Man muss insgesamt alle drei Collectibles halten, um das Ganze zu craften. Und natürlich werden keine von diesen Collectibles gebrannt. Das heißt, man kann es im Prinzip hier fast for free machen. Man hat hier aber diesen Craft-Preis von 35 Dollar. Was ich aber auch in Ordnung finde, da man hier im Prinzip einfach ein weiteres Collectible dann dazu kauft. Und die Editionzahl ist auf jeden Fall auch hier akzeptabel. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon mit dem gesamten Video. Heute etwas länger. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.